Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Resident Evil 4 Remake. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir steigen direkt ein hier mit dem Boss weit. Muss ich direkt hier runter? Wahrscheinlich, wa? Och, Mann, ey! Unnötig. Was aber nicht unnötig ist, Freunde, das Video zu bewerten. Gerne mal machen und danke dafür. Da hatte ich jetzt aber wirklich keine Chance. Da hatte ich wirklich keine Chance jetzt. Da hatte ich wirklich keine Chance. Komm schon! Lass mal schauen, lass mal schauen, lass mal schauen. Können wir irgendwas herstellen, was mir was bringt? Pistolen, ja, ja, komm. Pistolen, Munition. Okay, weiter, 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 weiter. Jetzt. Weiter, 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 weiter. Zurück. Ach, Mist. Voll nochmal zurück und die... Boah, Junge, sieht da geil aus. Nochmal kurz zurück. Um die aus der Distanzplatz zu machen. Geht doch. Stirb, du Schweinehund. Die Beste macht's nicht mehr lang. Die Beste macht's nicht mehr lang. Yeah, geil. Den gibt's also auch noch, ne? Der Move. Scheiße, okay. Okay. Du musst alles vorbereiten. So, also zumindest die kurz mal nachladen. Ich hab tatsächlich noch Schaden bekommen dadurch. Ah, das soll ich noch einmal werfen, kurz. Nein. Eine Kanone. Oh, sie schießt auch. Nein. 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 Was redet die? Nein, 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 nein Das nimmt wirklich kein Ende Jetzt geht's los Und los Adios, du hässliches Mistvieh Wer stöhnt da schon wieder? Wer stöhnt da schon wieder in meiner Nähe? Ich meine, es ist Leon und ich, weißt du? Ja, kann man verstehen Kann man verstehen! Aber nicht, dass sich da schon wieder von hinten jemand anschlägt Sehr nice, sehr, sehr nice Hat Spaß gemacht Coole Abschnitte Ach komm man da Komm man da Ach nee, von daher sind wir ja gekommen Gut, das hat gar nichts gebracht jetzt Das hat ja gar nichts gebracht jetzt Einfach nur einen Schuss verspüren jetzt Wahrscheinlich, weil Ah, stimmt ja, da ist ja noch so ein Tisch So ein Schlüssellochtisch Oh Sorry, ich hatte genug für heute So wollen wir die schauen, Leon Leon So wollen wir die schauen Mit diesen Sprüchen Oh nein Das Labyrinth Verschlossene Schublade Ey, sag mal Wir haben aber so viele verschlossene Schubladen gefunden Wo sind die ganzen Schlüssel dafür? Wo sind die Schlüssel? Dropped? komm nicht mehr ich tu dir nur wieder weh ich hab solche angst ich war plötzlich überhaupt nicht mehr ich selbst ich war etwas anderes das muss schrecklich gewesen sein ich weiß du auch angst zu haben ist okay aber lauf nicht weg du musst nach vorne sehen wir stehen das durch zusammen ich weiß nicht ob ich das schaffe das wirst du halte ich nur von meinem messer fern ok leon danke schön kapitel beendet ey freunde wer will da jetzt noch mal was sagen geht 58 getötete gegner und 88,4 prozent du bist du sorry ich hab's vermasselt komm und rette mich mein prinz treib's nicht zu weit prinzessin ach komm bin im beisaal hinterm burghof komm nicht zu spät zum tanz naja aber wir können ihn doch nicht im stich lassen oder machen wir ja auch nicht obwohl mal schauen was passiert war mal schauen was passiert wir können mit denen gut machen wir mal kurz warte mal ist das oh ey das ist aber ganz schön so wie nennt man das wie sagt man ähm ja genau das meine ich unscheinbar genau unscheinbar ganz schön unscheinbar so ok jetzt nochmal abspeichern so schauen wir doch mal schön erstmal die kiste mitnehmen oh das ist nicht schlecht blind den munition ist nicht schlecht können wir schon irgendwas herstellen so was ist das denn hier zweimal grün ne ne das muss ich nicht zweimal grün mit einmal gelb müssen wir jetzt nicht unbedingt machen wie gesagt endes gestöne von ihr na komm doch komm doch ihr Schweine ah ok ich verstehe hey sieh nur du hast die flagge gehisst hey sieh nur die haben sie natürlich schön so platziert dass du die von hier aus nicht siehst die feinde geh etwas zurück ok ein schuss aus dieser distanz nicht schlecht hoho nicht schlecht das nehm ich gerne das nehm ich gerne so wo ist er wo ist er ich hör ihn doch was mach ich ist einfacher so worauf war das jetzt bezogen weil wo wow alter wof worauf war das jetzt bezogen weil ich die schon hinter dem gitter abgeschossen habe oder versucht habe zumindest oder was war meine liebe das jetzt los kam ok Ach, Leute. Ich höre sie überall, die Schweine. Elegantes Schachbrett. Schau mal. 13.000, 13.000. Das schmeckt, das schmeckt. Ah, da könnte einer rausspringen, oder? Was meint ihr? Ich will den ganzen Loot, ich will die ganzen Kissen hier mitnehmen, die wir die ganze Zeit gesehen haben. Komm schon. Na komm schon. Letzter Schuss. Komm, 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 komm. Hier ist noch eine Kiste, die nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Ja, damit... Das ist letzter Schuss mit der Schrot, egal. ... 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 Ach wäre das Meine Schutzweste ist jetzt komplett kaputt! Ach, man... ... ... ... Das wird wahrscheinlich jetzt ... ... Ach, wer kommt, einen Treffer halb culturally, oder was, oder ... Hey, mach mal, hey. Ja, alles gut, alles gut. Wo sind sie, wo sind sie, die Schweine? So, Fahne Nummer 2. Ich weiß gar nicht, wo die dritte ist. Oh! Wo ist denn die dritte jetzt von hier aus? Hier sind auch, wie wir noch Wege, die wir noch nicht gegen sind. Da ist ja noch eine Kiste zum Beispiel. Ach, Junge. Herzhaft. Leon! Sie sind hier! Ashley, lauf! Geht weg! Glorien, lass mir her. Glorien, lass mir her. Glorien, lass mir her. Ashley! Ashley! Junge, du dreckige Müllsau. Ja, kann ich verstehen. Komm, 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 komm. Yes. Puh. Sag mal, wo bin ich jetzt eigentlich? Warte mal, ich muss mich jetzt kurz mal orientieren. Hier sind wir. Hier hinter war doch noch eine Kiste. Hier, dahinter. Da sind noch einige Kissen. Oh! Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. An der Scheißschlange ist die Klinge zerbrochen. Das ist bitter. So, warte mal. Da ist ja auch noch eine Kiste. Hätte man da rüber springen müssen oder was? Nee, hier rein. Haben wir doch schon, oder? Dann sind wir nicht hier wunden und schon lang genug. Ich schätze mal... Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo wir hin müssen jetzt. Da, wo die rausgekommen sind? Ich bin nur noch dieselbe. Ich höre sie, ich höre sie. Wo ist sie? Ach, Leute. Ach, Leute, ey. Ach, Leute, ey. Ich meine, wir sind ja ganz gut dabei. Warte mal, ist hier vielleicht irgendwie... Wird hier was angezeigt? Da vielleicht, oder was? Töhmchen mit Hebel. Ach, guck mal, der hat tatsächlich... Oh, da hatten wir den nicht. War das nicht die... Nee. Lass mal da rüber laufen. Ich meine, ein bisschen mehr Schrotmunition würde ich jetzt, ehrlich gesagt, auch ganz gerne nehmen, aber... Wer so um die Ecke guckt, hallo? So. Ah, ja, hier. Einfach hochlaufen. Ja, gut. Bin ich vorbeigelatscht vorhin. Bin ich einfach eiskalt wieder vorbeigelatscht. Naja, gut. Ey, Freunde, ich bin so in der Sucht, ey. Bin so am süchteln das Spiel. Weil es einfach ultrageil ist. Da kann man vielleicht hier irgendwann mal was hinterführen. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Müssen wir halt nur nochmal schauen, wie wir hier rauskommen. Kann man hier überhaupt durch, irgendwie? Ich glaube, ich hätte komplett anders rumlaufen müssen, oder? Wieder zurück. Jetzt bin ich schon wieder falsch. Mann! Die versinkt aber ein bisschen mit den Schuhen im Boden, ne? Das ist auch ein bisschen... Ich höre ja schon wieder was. Oh, nein. Vorne, ich sehe gerade... Oh, okay, komm. Den machen wir noch gemeinsam platt. Aber dann... Ich dachte, mit dem Messerstich ist er sofort automatisch tot. Oder? Gut, was ich sagen wollte, wir machen jetzt Schluss. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das Labyrinth haben wir auch ganz gut gemeistert, sag ich mal. Oder ich hab's gut gemeistert. Ihr wart dabei, was mich sehr freut. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Also, haut rein. Und tschüss.